Willkommen zurück und jetzt bin ich aber dann in Zukunft wie das hier richtig funktioniert hat. Ich meine ich bin so großzügig, ich habe ihnen jetzt hier ein bisschen Punkte überlassen. Ich wollte gerade sagen, 250 Punkte. P9 ist ein Maschinengewehr, Maschinengewehr verbesserte Munition, okay. Können wir noch eine Waffe herstellen oder? Was machst du denn gerade? Nervengasfade kann in 8 Jahren eingesetzt werden, auch gut. Er ist Silberts9x3, okay. Jo, ich danke dir für die Vorarbeit. Ich denke mal, das reicht jetzt. Guck mal was wir noch alles holen können hier. Demnächst Brennan, Adrenalin, Kreissäge, Nerven. Der Albert 01 eher. Ja. Wenn wir 500.000 Punkte erreichen oder so. Ja, also insgesamt hier können wir auch Gesamtpunkte haben. Ich glaube bei 5 Millionen, was ist das? Welches hier? 1, 2, 3, 4, 5 Millionen. Ach, oh Scheiße. Okay. Starten wir erst erneut. Wir können die Gegner schneller besiegen und dabei noch Munition sparen. Ja. Das ist gut. Okay, das geht's. Wo, wo bin ich? Immer noch da. Das ist auch das. Ich hoffe, ich komme mit der Sturm und klein. Soll das ein verdammter Scherz sein? Oh Mann. Oh Mann. Ähm. Hmhm. Gehen wir nochmal kaufen? Machen wir nochmal Optik. Ah, ok. Ähm. Den Gern�mer maßwerfer... es ist ja auch nirgendwo ich will auch nicht brenner nicht kaufen ich glaube ja so hast du die Waffe geschmollt so 1 in 3 b b ok Mist Was ist er aufnussend? Ich hatte ganz kurz gedacht, dass die Tunnel Alpen gehalten. Ich hab ihn hier rein. 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 Wir müssen die Schönderung sein mit der Muni. Ich hab ihn hier rein. Sie sind drgegen. Oh! So, das ist schon. Ich hab grad noch,았어 den Andre. Ja. Oh, wie kostet das nur das EZ-Mittel? Was ist? Das EZ-Mittel. Wie viel kostet das nochmal? 1.000 Euro von mir. Ah, Mist Treffen, Phil ja das wird aber erst nehmen wenn du in der Ecke bist so wie ich gerade in der Ecke röhnt wurde ich wollte eigentlich noch gar noch zu schrotz wechseln ich weiß gar nicht ich merke für mich ist ein bisschen die Maus für die Kitzung noch angestellt ich weiß nicht ob man die in game nicht mehr erinnern konnte kann man kann man das war escape Optionen wo war sie nochmal das muss ich glaube ich reichen das muss ich gerade nicht so hoch sein ja ich verset es bitte kaum danke sehr ja 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 naja ja ja Oh, das war knapp. Uuuuuhh Unser Moni ist schon weg Oh Moni Ich werde hier unten nicht sterben Ich bringe von Hewitt mir gleich für Jake auf Jetzt brauchst du viel Moni Jetzt brauchst du viel Moni Ehm 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 Oder auch verbessern Oder dem Erleben geben Ja ich bin noch überlegen Was ich jetzt noch machen Ehm 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 Maschinengewehr oder die Flinte Kann man nicht ganz anschauen Flinte ist in Notfall natürlich besser aber Ehm Damit streue ich sehr viel Ehm 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 vulner Ehm M kort Ehm 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 Wissen Gott. Du hast doch. Du hast doch eine Gaffe. Ich bin auch in die Gaffe, die Gäste. Ich bin auch in die Gaffe. Danke schön. So. Das ist kein Problem hier. Ich geh schon für mich nicht gehen. Das ist doch nichts. Feinsteufen in Köln. Das ist schon cool. das ist ja das muss er mann jetzt kommt die die jetzt oder wir sind über ja nur neuer doch gar nicht ja wie soll man sie machen Ich bin nicht wieder zu sehen. Also was ich meine. Oh, der kommt doch. Du kannst natürlich der Familie anzuschließen. Beweis das. Mehr mehr weh in Donalds. Habt keine Angst. Das wird sehr schwierig. Ein bisschen Geräusche. Guck mal, der ist tot. Ich habe ihn kein einziges Mal angeschossen. Das ist die Falle. Ist das endlich vorbei? Arbeiten lassen. Ich springt mal. Ja. Mein Kampf war viel epischer. Ich wusste ja nicht, dass die dann wechseln. Das sind die Falle. Dass die nie wiederkommen. Du kannst dich ja schon voll aus. Du kannst dich ja schon voll aus. Also, da ist auch da ich. Das ist ein bisschen. Ein gutes Geschütz. So, ähm. Ich glaube, es ist sinnvoll, die Pressen erst zu machen. Aber auch immer noch. 5 Punkte. 5 Punkte. 5 Punkte. Pressen verbessern. Und ich brauche hier gleich. Ich brauche hier noch mal die Waffen verbessern. Ah, fehle ich. Ah. Ah. 2.500 Punkte. 2.500 Punkte. zu sparen. Nichts genau für dich gespart. Wo kommen all diese Dinge her verdammt? Wieso? Mhm. 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 Ah. Oh Wir haben ja noch nicht, dass die Nervengift gefallen bringen Weil damals mit den Nervengift Granaten Im Spiel selber äh, bin ich nicht gefallen überhaupt nicht Nein Das passt Nein Eingenossen Was? Hab ich da gerade Werbung gemacht? Nein Du, wir haben niemals Nicht auf keiner C-Box Was tut der nicht? Wir sind noch an die letzte Presse Und da muss ich nach Hause Geh nach Hause, mach den Sack zu Rechts Wo war die Presse? Äh, rechts Im Straßenbuch wäre ja rechts Zweifel mit links Schnell links Das war das Auto noch nicht Bei der Kurse schon direkt links ist Ähm, jetzt würde er rechts Das ist ein Straßenmutter folgend Und ficken sie alles was sie bewegt Ficken Wenn möglich, bitte nachladen Wenn möglich, bitte nachladen Das ist nichts Ich kann mich nicht auch nicht Weiß nicht, wo sie ist Ich war in dem Arial hier So nicht Geh, weiter, geh, weiter, geh, weiter Jetzt rechts, jetzt Da, 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 da ist Alter Ach, du Hier gibt's noch irgendwas mit deinem Problem Ich schieße sie auf Wo ist denn das Heimittel? Das ist die Steuerung Da, 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 da Da, da Da gibt's noch Was ist denn eigentlich Nachladen? Da, da, da Da ist die Da ist die Da ist die Ganz die Da ist die Eine Da ist die Und die nó Da 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 und 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 Nein! Und? Ich hab da keine Kohle bekommen Oh nein! Du hast den Kotzer? Ja! Scheiße! Ich bin zum Abklappen Ach, die müssen mal langsam die Gegner Mal langsam die Gegner Das heißt, die müssen trotzdem umbringen Und da müssen die Maschinen einfach durchsprayen Weg! Wuhuuu! 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 Wuhuu! 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 Ich bin ein bisschen schnell. Komm, gehen Sie mal zurück. Alles ist auch ein Schuss. Oh, okay. Was machst du denn? Ja. Geht zurück. Ich will wissen, ob ich hier an die Kohle komme, weil ich brauch die jetzt. Ich glaube nicht, aber... Das wäre schön, wenn wir noch dran kommen. Ah doch, kommt noch dran. Okay, super. Ja, klar. Jetzt ist der vom Schuss weg. Da gerade eben war ich durch. Wahrscheinlich war da gar kein Game drin. Deshalb habe ich da nicht dran. Ich dachte, wo es weiter geht. Ich lass uns zu axes. Da habe ich dich nicht vorangehen. Immer wieder. Es ignorierst dich. Untertitelung des ZDF, 2020